ja die oerleute und haben jetzt kommen wir zu einer weiteren aufnahme pvz zusammen markus wir sind mal wieder vor dabei markus scheint gerade noch in die lobby mal schauen was er wird aber laut aktuellem stand bis zu pflanze können es aber vielleicht sogar wechseln wo wir es machen er hat das erste level 200 irgendwas ich habe ihn gleich mal gekillt warte das war der level 313 an den ich gerade mal das erste abgestaut hat und da habe ich gleich den zweiten kill abgestaut läuft bei mir die community challenge läuft soweit ich weiß noch deswegen spielen wir mal auf der summis seite weiter die klemmt nach und natürlich wie immer unsere aufgabe der aber teleporter so ich bin schon dran und der kippe steht er hat sich lange macht das ist aber ich habe gebt ob man somit die spüße ja und andere und ich glaube ich glaube warum bin ich tot war okay meine geschütze haben ihn auch gekillt okay dann ist gut geschütze sind ja doch mal zu was nutze jetzt sterben meine geschütze alle geschütze sind und es war bis jetzt ein schnapper alter ja ja läuft aber darum ist noch einer das ist der 300er wir haben so ein level 300 er darf uns blatt machen glaube ich ja die hier vorne sind auch wieder hinstellbar wenn die anderen aus dem weg gehen würden könnte ich auch was hinstellen ja die anderen haben irgendwie so ein talent dafür dass sie im weg stehen bleiben hinten nur ein level 2 er hin ja okay dann level 3 also hinten eigentlich ist immer sinnvoll ein level 2 er hinzustellen weil das die drohnen gut erwischt und hier vorne die level 3 er weil die sind gut gegen alles aber wohin gibt es ja schon wiederum ist schon wieder der level 300er da werde ich mit hier drin er steht da oben die kommt mal da hoch da runter das war er gar nicht mit zartenden das war er gar nicht ja ich wusste gar nicht dass man da hochkommt ah gibt es das ist das ist das ist das der 300er ne 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 der ist auch schon wieder da das ist das das ist das das ist das ich spiel er hat auch Pflanzenwitzungen Pilonen Schlag Profi so so langsam sollten wir dann mal Seegarten holen die sich Gifterbsten Pilonen Schlag wo 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 du wendet nur an dem Weg stehen das nicht mehr wegkommt ja ja Zeug alle Lohnenschlag oder was ohne der eine mit Schlag und einer mit Drohne meist worden jetzt würde ich sagen frisch mit dem Garten und drin die Gifterbsen auch wieder auf dem Spray noch ein ja läuft er wieder jetzt haben wir auch gar schon schön den Garten positionieren wir mal hier oben das ist noch recht spiggebracht das war nicht war nicht ich dachte schon der Zerberhut auf ja werden der Teleport als nächstes die Scheiße auch ich habe ihn gefunden doch ja oder bisher ist er doch das ist da vorne war er wo ist die Idee er hat mir schon mal er hat die Hälfte 300 hatte wird man hin und wieder mal begegnen er spielt nämlich ein wenig mehr dann Alter Alter oh was war das oh ja wo ist die Idee er ist das war mein erster Kind ist hier der Däden das ist schon geil mein Gott der fickt mich mit sein ja zur Stelle geschützt ruhig Dankeschön was was will ich jetzt gekündigt er scheitert was ist denn die Gäste ich hab's gesehen aber ich möchte ich dich an ich schmeckt als zufrieden sind so fragt er sind seitdem kann man da verkauft und da kommt noch ein zweiter Erbsen Schalldämpfer nein der hat mir noch die Kinder wurde betäubt waren und vor dem ich dachte schon da kam es ein zweiter war hinter ihm stand noch einer war es schon wie er nicht gilt er wird vier schießt tot eiler er leckt die Bisschen er leckt ein bisschen er war bei mir betäubt und hat mich dann auch noch getötet der leckte Wendung und seine Schüsse kommen verzögert alter jetzt ist er wieder hier ich stehe ich werde widerstehen nein ich habe ihn weggeholt jetzt jetzt kann ich meine Seite noch eine Gifterbze läuft wer war's Lucia Derby Haarland bei dem ohne ja das ist Lucia Derby er hat die Schwarzler auf den Teleporter brauchen wir nicht probieren ich glaube wir können direkt auf den Garten gehen es ist gerade sinnvoller weil das sind so viele ein Teleporter gerade ist glaube ich echt einfach sinnvoller wenn wir reinrennen ich reinstehen das k b P P P H Achtung einiger Ludwig Erbsnäher und Schalte Schalte sind in der Fingern und jetzt kommt auch noch ein solches Einwander bei der Kompeten als in drei Kistik gehabt den Weg zum Garten geebnet der Zeugmann Grundschlag in den Garten Sankt mit denen auch aus der Städte die ganze Zeit bestimmte Herzen ich habe auch was bekommen aber mir wird Zeit nur ich stehe Unterschied und die Tritts und hier schaue dass der Unterschied Achtung bei Tronel schnell weggefickt schon wieder mit zweier street ich glaube sogar die same beiden wieder gekillt die freundin der 3er street und diesmal hole ich mir diese scheiß sonnenblumen die mich vorhin schon gekillt hat nein ich hab sie wieder nicht bekommen wenn ich wieder gekillt nein die stachen munition von der seite kam noch mann er ist ja richtig gut also respekt an die pflanzen die machen tragen ziemlich geiles team play von der gartenzeit richtig dicht wir haben gerade in teleporter wobei der freie in den garten aber so machen wir nicht sollte bestehender wichtig da war ich mein Tanz alter und dann kommt zum und zum 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 der 1 kommt von hinten wieder einer ich kann nicht jetzt muss schnell gehen ich jetzt muss schnell gehen hast du tp ja hier ist es direkt durchraschen dabei ich bin direkt hinter dir ich bin drin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich das heißt er hat den Tod es waren drei Stück noch die Schule ist dabei die Springer ist die Gäste auch weg die ihr halt weil es ist echt schuld sie ist wie da haben wir manche verloren aber auch wohl jemand drin war so neulich wird sagen das was immerhin folge es sei ich leider nicht ganz wenn wir in der Päckchen und dann würde ich sagen sehen uns beim nächsten Mal einer weiteren Folge IGPVZ und bis dahin tausend tschau tschüss